Musik Oh! Wow! Doppel-Explosion Ja! Wo seid ihr hin? Und Skelette? Au! Ah! Und wo? Au! Ich habe Diablo 2 ausgepackt Ah! Hattest du vorhin erzählt Ich zocken beim Nachbarn momentan Diablo 3 Nee, weil ist mir zu teuer und zu schlecht Die Diablo 2 hat keinen Spaß gemacht Abgesehen von der Grafik ist es schlechter als 2 Gut ist es echt nicht, aber macht mal Spaß so zwischendurch zu zocken Ich weiß, wenn du einen hast, der da mit dir zockt Du solltest mir nicht vor das Schwert laufen Na, wie macht das schon mal gerne? Hab ich das schon mal erwähnt? Ich hab ja bloß ein Diamantschwert, ne? Könnte wehtun Autsch Hinterhalt Ja Sehr gut Du siehst ganz schön zugeschossen aus Ja Aua! Meine Kartoffel! Ich hab einen Pfeil in meiner Kartoffel Ja Äh, der Funk? Wenigstens hast du ihn nicht in deiner Möhre Äh, Zombies? Komm kuscheln, Zombies Komm kuscheln, Zombies Komm, 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 und du auch Kuh Du auch, Navi Äh, nö, so war das nicht gemeint Aua! Rache ist, äh Oh, das sind Tulpen Da ist ein ganzes Feld voller Tulpen Ah, wieder ein, ein Blumenwiesenblumen Ist das die, oder es ist die Blumenwiese von neuem Ne, das kann sie nicht sein, weil, da haben wir alles mitgenommen Vor allem, ihr habt mir erzählt, das wäre genau die andere Richtung gewesen Ja Du, ich bin so orientierungsflucht, dass kein Kühler eingewiesen kann Aua! Ne, das ist aber, das ist aber Neues Bei der Chunk wurde grad geladen Die, äh, Strings könnt ihr mir geben, ne? Ah, hier kamen wohl auch die Spinnen raus, schätze ich Das ist ne Höhle Hat jemand zufällig dann Stein für mich? In der Höhle ist sogar Sandstein Ja Stein und Fackel würde ich gerne nehmen für die Türmchen Wieso ist denn der Höhle Sandstein? Weil daneben Wüstenbiom ist Äh, vier, vier Zombies Waldzombies Zwei haben sich grad kaputt gemacht Und ein Skelett Ich bräuchte mit dem Skelett ein bisschen Hilfe Oh, das ist grad sehr, 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 sehr unangenehm Danke Oh Ah, Spinne Stein, Fackeln, hier Komm, komm, komm Fuck Ich kann dir nur Woller anbieten Ich kann dir nur Woller anbieten Ihr könnt mir mal eure, äh, eure Spinnensachen zuwerfen Und, äh, Pfeile hab ich auch noch Und, äh, Knochen hab ich Bezieh' dich nicht Moment Hinterher ist ein Zombie Oh, Zombie Zombie-Fleisch Wenn ihr Zombie-Fleisch habt, das würd ich auch nehmen Jo, Moment, hier. Da kommen drei Zombies. Die drei von der Tankstelle. So, wer sammelt Samen sammelt wahrscheinlich keinen? Das braucht man nicht. Gunpowder? Ja, irgendwie hast du gesagt, sammelst du. Kohle. Kohle habe ich noch, wenn ich mal irgendwann die Fackeln nochmal nachziehe. Oh, das sind sogar rote Tulpen. Zombie, hinter Diarrhea. Oh, voll das Tulpen-Fan. Schön. Riepah. Ja gut, dann sammle ich noch ein bisschen Gunpowder. Dadet ja auch nicht. Ja, läuf mal beim Plümmen pflücken vor die Finger. Wow. Nein, mein Schwert hat Bling gemacht. Hau ich die Spinne halt mit dem Blüten kaputt. Wo meinst du, Chris? Ich bin hier, ich habe aber jetzt wieder ein Schwert in der Hand. Ich dachte, du brauchst eins. Ne, ne, ich habe nur gerade das kaputt gemacht, das ich in der Hand hatte und das war doof. Ich habe zwei von drei Schlägen auf die Spinne mit dem Schwert und den dritten dann fünfmal mit der Faust machen müssen. Oh, so viele Tollplungen, toll. Ah, Kuh, flüchte doch nicht. Ich will doch nur dein Leder. Lians, Leder. Haha. Was hast du, da nackte Kühe oder was? Geht ja leider nicht. Aber ich will Leder. Ich will irgendwann, ähm... Ich will das mit dem, mit dem Zauberspruchladen. Den Zauberspruchladen will ich selber bauen. Dann kann man da drin die Zauber kaufen. Dafür brauche ich jede Menge Leder, weil ich dann Bücher brauche. Äh, wo seid ihr? Seid ihr jetzt ohne mich weitergelaufen? Nein, nein, wir sind noch ganz in deiner Nähe. Weil ich niemanden mehr sehe, deswegen. Aber ich habe hier aber schon viel Slack. Zwischendurch halt so. Wartet doch mal, bitte. Lauf doch jetzt nicht weiter. Nee, nee. Ich bin hier um den Turm rum. Ich sehe euch überhaupt nicht mehr, ganz ehrlich. Ein Navi, ein Naviturm. Würdet ihr bitte zu mir kommen und mir zeigen, wo ihr hin seid? Ihr seid nicht mehr hier. Oh, das, ja, das Feld war ein bisschen größer. Also ich laufe jetzt mal in Richtung der rosa Tulpen und der roten Tulpen. Ach, da hinten, mein Gott. Ja. Ja, da sind jede Menge Kühe. Das ist auch so ein Grund, warum es gerade so ein bisschen lecken wird. Ich habe noch nie so viele Tulpen gesehen. Oh ja, ja, ja. Habe ich gesehen? Na ja, in unserem Biom ist immer alles so leer, ne? Wir sind ja ewig weit gelaufen. Ich muss dran denken, dass wir dann zurücklaufen müssen. Das sind wir nicht. Ist die Frage. Wir können zurück zum Safehouse. Da ist ein Portal zurück. So, wo gehen wir weiter? Wo gehen wir weiter? Richtung rote Rosen. Rote Rosen. Ich muss einfach immer nur den sterbenden Tieren hinterher. Das ist schon wieder der Wald, da sieht man ja wieder nix. Doch, ich sah da Creeper versteckend. Ja, das ist ja wieder schon so ein blöder Schwarz-Eichenwald, ne? Mhm. Äh, wo seid ihr? Aua! Auf dem. Auf dem Gestrüpp. Ich finde es immer geil, wenn man durch den Leck den Schaden erst nachher kriegt, und dann nur noch voll fliegt und sich wundert, was das war. Mhm. Also, ich sehe irgendwie gerade keinen mehr. Ich bin auf dem Baumdach. Ja, ich bin bei Navi, Iri sehe ich. Ria sehe ich nicht mehr. Ria? Siehst du Sand? Hm, nee, ich bin an dem Hügel vorbei. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Bleib mal da, wo du bist. Kommt mal mit. Da hinten ist dann auch der Wald schon ein bisschen... Red ich mal um Ria. Ja, ja, ich weiß. Ja, haben dich. Ah ja, Iri geht unten an. Mal so ein bisschen Jump'n'Run-Mass gegenüber die... Ich hab' gesagt, wir machen jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde und dann brauch' ich ja eine Pause, weil Halsweh kommt jetzt langsam wieder. Mhm. Du Quattim. Hey! Kommt die Wand her, die war gerade noch nicht da. The fuck? Wo seid ihr? Weg! Und du bist nun allein, allein! Ganz weit weg! Merk's! Vorsicht, Schlucht! Welche Richtung seid ihr gegangen? Die gleiche wie immer! Einfach geradeaus? Richtung Bergmassiv? Bergmassiv? Ja, da müsste jetzt irgendwo ein Marker sein. Hier ist auch wieder ne Wiese. Hoffen wir, ich find euch wieder. Ja, ne Wiese sehe ich. Also, wir sind linke Hand von nem Schneedings. Linke Hand? Okay, ich bin rechte Hand. Wenn du in dieselbe Richtung läufst, ja. Ich geh um den Berg rum. Oh Gott, ja, Schlucht! Hier ist wieder eine... Was denn das für ein geiles Loch? Ah! Sieht gut aus. Oh, ich hab Hunger! Hier ist Kohle drin. Und zur Strafe darfst du mitgehen. Oh, hier gehen voll die Höhlen weg. Ja. Hehehehe. Wow, viel Kohle. Hä? Ihr seid links von dem Bergmassiv lang gegangen, ne? Dann über das Bergmassiv, oder? Nö, wir sind durch kein, über kein Bergmassiv gelaufen. Hä? Ich dachte ihr seid rechts von dem Schneeding gelaufen. Äh, links von dem Schneeding. Ja, wir sind aber noch nicht wirklich vorbei. Wir sind jetzt noch auf der Wiese. Da ist ein riesen Loch in der Wiese gewesen und da ist ein Skritt reingefallen. Also ich. Okay, ich bin jetzt... Ich bin jetzt grad an dem Canyon. Was für Canyon? Was für Canyon? Okay. Seht ihr die letzte Markierung noch? Ja. Meine letzte Markierung sehe ich. Ach, super. Dann will ich mir einen Weg nach oben graben und dann ist genau da so ein blöder Tümpel. Ah, das Loch meint ihr? Hm? Hier geht auch tiefer rein, ja. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Weg raus für dich, Yeri. Und du Schaf, wie geht's jetzt auch da runter? Da ist ein wahrhaftiger Sumpf, oder? Es ist ein Dschungelbaum, ich kann's nicht sagen. Ich port mich jetzt mal zu Ria. Ja, stimmt. Du hast recht. Dieser Baum ist das Ziel. Hä, wieso habe ich euch denn nicht gesehen? Gute Frage. Ja, es ist wirklich nur ein Sumpfbaum. Da vorne, wo dieser Berg war. Da vorne, wo dieser Berg war. Oh, hier baut das Geld wieder auf. Hier ist ein Sumpf. Hier hinter. Könnten wir auch Slime finden. Mhm. Oh, ne blaue Blume, die will ich haben! Und der Herr mit der Schere, mir bitte die, 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 ein paar Rangen abdienseln. Da. Da, 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 da. Wo sind sie hin? Da. Ja, blaue, euch hier! Ich hau hier grad noch ein bisschen Kohle raus. Ja, könnt ihr mich kurz beschützen? Ich muss mal kurz weg. es leckt ja ich bin mal gespannt wir hatten schon insgesamt 50.000 chance aufgedeckt wie viele wir jetzt dann gleich aufgedeckt haben ich habe hier gerade noch mal die mega kohle ich habe schon wie viel kohle hast du eigentlich dabei? kann ich dir gerade nicht sagen jetzt bin ich erstmal hier fertig hinein schmeißt du nämlich noch mal den rest von meiner kohle hier hin so dann habe ich wieder einen platz frei so ich kann dir mal ein spinnenauge geben mit dem schild ach da freut sich ja schon mal sieht man hier das saat gut rein und ich habe eine pinke tulpe willst du diese rosa haben das zweite pinke tulpe? ich bin wieder da zumindest kann man hier sagen verloren sind wir jetzt wirklich schon halbwieder wir sind glaube ich immer verloren darf ich spring mal ach verdammt er will mein blümchen nicht kohle kohle überall kohle sehr gut das ist mein richtiges sumpfgium bin ich nicht